Das ist Matthias Schweighöfer. Er hat schon viele Rollen gespielt. Den unwiderstehlichen Lover. Den Tolkien-Draufgänger. Den unausstehlichen Spießer. Die scharfe Braut. Eine angehende Leiche. Und den totalen Loser. Doch jetzt hat er die Rolle seines Lebens. Als dein Beifahrer. Oder meinst du, ich fahre noch selbst? Sei Vorausfahrer und teste jetzt als erster die neue A-Klasse. Einfach anmelden, mitfahren und Filme halten. Mit Matthias Schweighöfer als dein Beifahrer. EINGER Untertitelung. BR 2018